Wie ist dein Projektmanager? Ich heiße Andreas Muth, ich bin Senior Projektmanager in der Abteilung Web Publishing Technology und arbeite da für große Projekte oder Programme. Der deutsche Wiley VCH Verlag ist ein Tochterunternehmen des international tätigen amerikanischen Fachverlags John Wiley & Sons. John Wiley & Sons ist umsatzmäßig betrachtet der drittgrößte Fachverlag der Welt und veröffentlicht im Bereich Naturwissenschaften, Technik und Medizin, Unternehmensinformation und Lehrmaterialien wie Lehrbücher oder Lehrinformationen. Die Herausforderung war zu Beginn ein Content Management System für die Zeitschriftenherstellung. Im Laufe der Untersuchungen und der Requirements ergab sich dann immer mehr, dass es nicht so sehr Richtung Content Management geht, sondern dass eigentlich gefordert wird, dass es ein Prozessmanagement gibt und auch eine Terminvorhersage. Der Verlag setzt eine speziell von Attensity für Wiley optimierte Web-Applikation ein. Im Jahr 2009 wurde dann auf die von Attensity zur Verfügung gestellte ECLS-Architektur migriert. Das Journal Publishing System wird vor allem im naturwissenschaftlich-medizinisch-technischen Bereich eingesetzt und dort betrifft es über 1000 Zeitschriften. JPC-MS wird in der zentralen Zeitschriftenherstellung eingesetzt. Es ist ein nicht mehr wegzudenkendes Werkzeug und erster Anlaufpunkt für alle Hersteller, um elektronische Inhalte oder auch Papierzeitschriften zu publizieren oder zur Verfügung zu stellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017